Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile dieser Garnitur. Und zwar Willi Schillig 26665 als Zweier mit Longchair in Leder Z7536 Camouflage. Eine Neuheit, klassisch kubisch gehalten und sehr schön ist die große Bodenfreiheit, damit wirkt das Ding nicht so massig. Federkern im Sitz, hohe Bequemlichkeit, etwas mehr Sitztiefe, das lädt ein bisschen zum Launchen ein. Also ist eine Launch-Garnitur, keine Sitz-Garnitur an sich, weil für kleine Leute, das ist ein Nachteil, ich bin 1,83, da geht das, aber wenn ich 10 cm kleiner wäre, dann würde das Knie hier nicht um die Ecke kommen, dann würde ich immer so sitzen. Es ist also eine Launch-Garnitur, ein super weiches Leder, eine Farbe, die gefallen muss, alles hier ist festgemacht, der Sitzkomfort ist mittels soft, also etwas weicher, trotzdem eine gute Unterfederung, viel Platz zum Liegen, dann hier und hier, hier kann man auch zu zweit liegen, wenn man es nicht mag, eine gelungene klassische Formgebung finde ich, ein Stück, was in den Raum passt, wo man etwas Platz braucht, nämlich 2,84 m brauchen sie schon. Dann wird die Garnitur gut, ein pflegelechtes Leder, Kinder und Männer geeignet. Nachteil, Schillig kostet Geld, Nachteil 2, Farbe muss gefallen, Nachteil 3, nichts für Leute, die nur sitzen wollen. Advertising dieses Stück, das Hausmessestück von Willi Schillig, finden Sie jetzt bei profischnapp.de online unter profischnapp.de oder offline hier in Empfingen, 50 km südlich Stuttgart, ein Megaschnäppchen. Okay, that's it für heute, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss. Okay, das ist das, was ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Dankeschön, Schillig, 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 Sch